Digimon Rumble Arena Mensch, was haben wir denn da? Wir haben ja jetzt ein Omnimon! So, wir werden natürlich schon mit den anderen eine Runde spielen, ganz klar. Mit Omnimon, Wargreymon und blablabla. Jetzt machen wir weiter. Jetzt gehen wir rüber zu Patamon. Boah, Patamon. So. So. Im Grunde hat eigentlich jeder einen Schussangriff. Und... So ein Special Move halt. So. Ready? Rumble! Boah, Bubba! Boah, Bubba! Boah, Bubba! Boah, Bubba! Boah, Bubba! Boah! 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 Bei uns auf dem Eis ist es relativ positiv. Also man kann den Move hoch zum Abhauen nehmen, was ich wahrscheinlich doch machen werde. Damit ich euch mal den zeigen kann. So, jetzt kann man den Schritt springen. Ist relativ geil. Muss ich sagen. Kommt raus. Da wollte ich zu der Karte. So, da war der einfach zu Karte und so. Der hält schneller. Der schlinge. Danke. So, wollen wir mal den Lachs. Ich weiß gar nicht mehr was da vor dem Pfeil halt überhaupt. Ach den. Alles klar. Wenn der Gegner quasi in der Zone ist, ist er quasi geschockt, dann kriegt er halt die Blitze ab. Ach den Feindler hat er alles klar. So, wenn der Eis war, ist er vom Eis herumgerutscht. Der hat einfach Pfüttchen gegessen. Der hat einfach Pfüttchen gegessen. Der hat einfach nicht aufgefahren. Aber ich bin hier nicht alles klar. Kommst du runter? Kommst du spielen? Kommst du spielen? Na komm! Hehehehe Warte Warte Du kannst ja gerade die Abonnenten spielen, wenn du das f*** zu hast, aber Vom Rookie Level weggemacht I did pretty good, huh? You win Ready? Rumble So, jetzt spielen wir wieder Rundenlisch hier Also wirklich Kann man nicht wahrsehen sowas Bam, bam 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 Boom 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 Das kannst du auch hoch machen Ich knuck das Geat gerade auf Wollte Pfeile machen Ich wollte gerade einen Fein machen, der hat gerade nicht geklappt. Komisch. Okay, das mit den sieben Bällen geht nicht schnapp gerade aus, das geht nur schräg hoch oder schräg runter. So, Bonus Level. Nee, Wormon. Danach kommt Bonus Level. Stimmt schon, wer ist gegen Gabumon, jetzt Gabumon, dann Wormon. So, Bonus Level, dann wieder 3 und dann wieder Wormon. Oh, Diesson war das Ding mal. Ja, ich glaube, die Novell nicht rein, dann bitte auch ins Leben wieder und das drüber zu schauen. Das ist doch eine Art von der die Möglichkeit, Schrapp. Super, Buch, собer dich, ohne Abente. Super, Buch, Geist. Super, Buch. Super, Buch, Papa-Kleis. Autsch. Ich weiß gar nicht was passiert wo man eine Runde gewinnt ohne Schaden zu haben. Ob das irgendwie angezeigt wird? Ist das gleich angezeigt? Ob hier nur Damage in so einem Spaß? Ich bin nicht nur ein paar kaltes Luft. Du wirst gewinnen. Wenn mir was kommt ist halt wieder die Scheiße. Ready? Rumble! Zack. Ja. Oh? Wie geht der Schlinge? Okay. Als wen der Typ das wüsste, dass die Kotte das ist. Die Schlinge. So räumen wir mal. Eine Runde. Fuck. Oh, okay. Halt! 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 Das hat das fast wieder geblendet. Ja, das war die Götter. Hat die komische Götter von bisschen mal gerettet oder so. BATS! Ich bin nicht nur ein paar harten Luft. Du wirst. Oh, das sind die Regeln der Gäste. Oh, das ist toll. Okay, das müssen wir mit Kristalle einsammeln. Wer halt die meisten Punkte am Ende hat, hat halt gewonnen. Quasi sehr im Prinzip wie mit dem Basketball. Du hast halt eine Kugel kriegst, lädst auf, je nachdem wie stark du haben willst. Und dann haut es halt durch die Kante. Sterne sind natürlich mehr wert. Die Kante. Die Kante. Ja, das ist schon. Der Bunny Blaster. Ekel auf der Attacke. Natürlich der Tornado. Der Tornado natürlich. Beutelsnieder. ... ... Ich habe es schon gemacht. Das ist schon ein Blitz. Ich habe es schon gesehen. Ich habe es schon gesehen. Ich habe es schon gesehen. Das ist ja auch der Bedeutung. Komm Scheiße, hab ich nicht mehr gedacht, dass die hier so gut ist. Wenn ich es ja... wird er verschwendet. Fuuuck. Fuck. Ich bin ein bisschen spontan. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen spontan. Time ist aus. Du gewinnst. Hast du gewinnert. Da hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber da haben wir das auch immer erlebt. Wollte ich jetzt mal sagen. Beim Time Out gewinnt natürlich der, der am meisten KP hat. So könnte man natürlich auch den letzten Gegner besiegen, wenn man das möchte. Aber wer hat da schon Bock drauf? Hallo, Knuckles. Daniel. Zack. Wieder hoch. Endlich mal hingekriegt, dass es trifft, ey. So. Hier zum Beispiel. Habt ihr ja gesehen. Bei dem Finisher muss man. Es ist echt besser. wenn man die Kicks nachfogadet. Igen, ich weiß nicht. Es ist besser, wenn man ein Kicks nachfogadet. Das ist eine Kicks nachfogadet. Und der Ramadenio? Oh... 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 Geile Scheiße! Geile Scheiße! Ready? Rumble! I'm gonna fall to me So, der nächste, also den letzten Hit, den ich da in der Luft abgebe, den musst du selber drücken. Oh, komm, Digivolve! Digivolution. Oh, das wäre fast perfekt gewesen. Den hier, also den letzten Kopfschluss. Komm, komm! Was, außer die jetzt, also Rückzug, die jetzt sind rausgegriffen. Komm, Digivolve! Jetzt, so schön. Eins. Hehehehehehe. Eine komplette Runde. Bring this out. And it's BAM! BAM! 되지- It's anоль è tipo bleu! Hey, hey! Hehehehe K.K. Can you see that? You win! Ready? Rumble! Boom! Bubba! Patamon Digiball Tata Digi-Palamotion Du kleiner Sack, Alter! Digi-Volution 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 BAM! Ich finde von Black Wolverine finde ich geiler Weil der Fußball-Bio spielt Das ist der ultimative Disrespect Der Sack, Digi-Volution Der Sack, Digi-Volution Klasse Ja, hat wieder nicht geklappt Ich wollte eigentlich mal Final ziehen Aber Einfach mal die Schuhe ziehen Schon wieder nicht Scheiße Scheiße Das geht ... address Find ... ... ... Enter 20 Sekunden nur noch und ich schlieg hinten. Also auf Zeit kann ich nur spielen. Ich muss hier aggressiv reingehen. Komplett auf der. Nee, halbe. Der hat mehr. Der hat mehr, der hat mehr. Der hat mehr. Das war knapp. Holy shit, das war richtig knapp. Weh man. Rumble. 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 Ich sehe immer, dass schwer man auf dieser Meppe antreten muss. Mit Padamon nicht die Digitation nutzen. Bringt alles nichts. Oh, nein. Ich weiß, dass ich da nicht so nahe. Passiert. Hoch, bam, abfeuern. Rein, wusch. Tag, der fickt rein. Hit. Oh. Uh. Ich hab ihn getroffen. Oder? Also mit meinen Blas drin. Seht zu mir so aus. Aber da hättest du eigentlich schon grünes, äh, so grün rauch geben müssen. ... Digimon, Digimon! Digi-Evolution! Digi-Evolution. Wie gesagt, bei denen musst du bedürfen, wenn du halt in dem Teil nicht drin bist, dann... ...schau dir schon raus, komm! Was?! Da hab ich trotzdem getroffen! Schau mal was! Fuck! Ihr seht, wie viel die Lava abzockt, wenn du heilst! BAM! BAM! Digi-Volution! So, wir springen von hoch, bam, zack! BAM! 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 Digi-Volution! Es hat aber funktioniert! Ich hätte nicht... Boots! Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert! BAM! Nein, ich hätte es nicht vergessen! T.T. Du siehst, rein! T.T. T.T. Das sieht richtig falsch aus! das kommt so die sache ist wenn ich jetzt vor dir muss ich glaube alles machen also die sechs kämpfe plus bonus level weg bin ich wieder Ich kann jetzt quasi die ganze Zeit so auf Zeit spielen. Die Meip ist endlos. Die geht nur nach links und rechts. Das war quasi nur mein letzter Weg, wenn ich das mache. Ich bin nur auf, ich zeige, ich bin nur auf. Ich weiß nicht, ich bin nur auf. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Geiler Typ, Alter. Nice, 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 nice. Und die gehen rein. Bam, bam. Boots. Und weg. Davon. Padamon, Warp, Dizzy, Warp. Ich glaube, es ist sehr viel. Therapymon, glaube ich. Und abhauen. Pulse, ich weiß nicht, dass ich einen kleinen Digimon, die rutschen da so durch. So, wäre ich jetzt mega Level, wäre das nicht einfach. Definitiv nicht. Ich merke aber selbst, dass ich mich schon bitte mehr anstrengen muss. Auf jeden Fall. Und wieder gesagt. GmbH, Dizzy, Warp, Dizzy, Warp, Dizzy, Warp, Dizzy, Warp, Dizzy, Warp. Wann ist wirklich. Ich hab das andere. Und wieder negotiations gemacht.